Ich weiß auch ganz genau warum, und dann bin ich froh und glücklich, und ich weiß warum. Wäre es ja die Welt bedeuten. Da ein Knack, ein Rösslein stieg, Rösslein auf der Heide, war so jung und moin. Schön ließ er schnell es nah zu sehen, sagte ist mit vielen Freunden. Rösslein rösslein... Herr Minna, Herr Minna, hören Sie auf! Das ist ja nicht zum Aushalten. Können Sie nicht mal was anderes singen? Nee. Das Lied ist hier zu schade für Ihre Krebsstimme. Hey, hey, hey! Sieh, Herr Anastasius, ist der Aal schon aus dem Bett rausgekrabbelt. Ein für alle Mal, ich muss Sie dringend bitten, Sie kommen in den Grafen respektvoller Säusern. Der Aal ist nicht aus dem Bett rausgekrabbelt, sondern seine Erlaubnis der Grafen rahmklar haben, sich aus dem Bett zu erheben, gerufen. Aha. Frau Miner, ich hab dich ja nie ein nahegeweites Aha. Was tun Sie doch nicht so? Sie meinen wohl, dass Sie was Besonderes sind. Jedenfalls ist es eine größere Auszeichnung, Kammerdiener bei seiner Erloch, dem Grafen von Rabenthal, zu sein, als Wirkschafterin bei einem Papierfabrikanten-Schmitz. Also, da schlagt doch einer lang hin. Wissen Sie, was Sie sind? Sie, 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 eingebildete Lakritzstange, Sie. Und Ihr blauglütiger Herr da drinnen, der blaue Heinrich. Halt den Sieh, den Schnabel! Ich verbiete Ihnen, meinen erlochten Herrn, mich diesem Schmitznamen zu benennen, den Ihr zöbelhafter Herr Schmitz aufgebracht hat. Sorgen Sie jetzt, lieber Herr, dass endlich jeder Schrat sich verschwindet. Mein erlochter Herr haben doch befohlen... Ihr erlochter Herr haben mir ja nichts zu befehlen. Die Zeiten sind vorüber. Wenn mir einer zu befehlen hat, da ist er, mein Herr Schmitz. Und mein Herr Schmitz hat bewohlen, der schreibtisch bliv doch. Denn Sie scheinen die Ehre gar nicht zu würdigen, dass unsere gnädigste Konzesse Olympia Ihren Herrn Schmitz zu heiraten, die Gnade hatte. Eine Gnade kann das ja gewesen sein, aber Liebe war das nicht. Oder nennen Sie das vielleicht Liebe, wenn die Frau da und der Mann da schläft? Was verstehen Sie denn schon von der Liebe? Mit Ihrem Aussehen liegt man überhaupt nur noch platonisch. Was haben Sie gesagt? Sie? Ich bin eine anständige Person. Ich liebe nicht platonisch. Ich liebe, wie es sich gehört. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Anastasius. Guten Morgen. Jetzt lassen Sie mal den alten Raufritter in Frieden und Wendelstein fällig mir zu. Bitte sehr. Ist meine Frau schon aufgestanden? Ihr erlaubt die Frau Schäfer. Ich habe Ihnen schon hundertmal gesagt. Hier gibt es nur eine Frau und das ist meine Frau und ich bin ein ganz gewöhnlicher Herr Schmitz. Also bitte. Sehr wohl. Sie ist mit dem Baron Wendelstein zur Bahn gefahren. Wer? Ihr erlaubt die Frau. Wer? Die ganz gewöhnliche Frau Schmitz. Also geht doch. Und was macht mein Schwiegervater, der Blauer Heinrich? Seine Erlaubt der Grafen Rabenklau geholt, um soeben das Gabelfrühstück anzunehmen. Zwei Kaviaschnissen, ein junges Hähnchen und eine halbe Flasche Champagner. Wenn er dem nur schmeckt. Ja. Seine Erlaubt der Freund sich in letzter Zeit an einem ganz besonderen guten Appetit. Der frisst mir noch mal die Haare vom Kopf. Prolet. Was haben Sie gerade gesagt? Sie sagten, es geht. Ne, 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 Prolet haben Sie gesagt. Nun mach das rauskommen, sonst springt in der Prolete ein Kreuz. Ich stehe schneller als der geht. Wir haben einen Brief zu schreiben, das Daten haben Sie. Nichtsverständlich. Sehr geehrter Herr Breuer. Herr Breuer. Bezug nehmen auf Ihr Schreiben teilig Ihnen mit. Mit? Dass Sie das Schloss zum gewünschten Zeitpunkt beziehen können. Beziehen können. Zu dem von mir geforderten Kaufpreis. Kaufpreis. Auch das lebende Inventar. Inventar? 15 Hühner, 3 Gänse, 2 Schweine und mein Schliegervater, der blaue Heimlich. Aber den können Sie doch nicht verkaufen. Ne, leider nicht. Den nimmt man keiner ab. Sie wollen das Schloss also wirklich verkaufen? Ich muss, Lenz, die einzige Möglichkeit, meinen Adel in Schwiegervater loszuwerden. Und Ihre Frau Gemahlin? Frau Gemahlin? Ha! Lenz, wenn Sie wüssten. Herr Schmitz, ich sehe mit Betrügnis seit Monaten eine völlige Veränderung mit Ihrem Leben. Ist seit Ferne von mir, Mischen, Ihre Familien angelegt, die heute Mischen zu wollen. Mischen Sie, Lenz, Mischen Sie. Sie sind ja schon 10 Jahre bei mir. 11 bitte, ja. Ach, richtig. Ein Jahr waren Sie im Krankenhaus. Nee, 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 wir haben mir immer treu zur Seite gestanden und haben mich durch Ihren klugen Verstand vermaschelt. Bitte, 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 keine Schmeichelein. Dafür bin ich unempfänglich. Nee, Sie sehen ja kein Frauenzimmer. Sie sind nur neustrum. Gott sei Dank. Aber jetzt schütten Sie einem alten Kameraden Ihr Herz aus. Sie sind nicht glücklich in Ihrer Ehe. Ehe? Ha, Lenz, so unverheiratet, wie seit meiner Hochzeit war ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Sie scheinen ja auch ein Leutung zu sein. Na ja, aber das liegt nur wieder an mir, sondern an dem Rabenklauschenhaus, der doch die Jahre 1640 das gesagt, nämlich, dass ein bürgerlicher Fall, der der Ehe gewürdigt wird, einen von Rabenklaus zu heiraten, er sind mal eine Bewährungsfrist von 300 Jahren hinter sich bringen muss, ehe er, na ja, sich um Nachkommenschaft bemühen darf. Und wann ist diese Bewährungsfrist um? Keine Ahnung. Anfangs habe ich die Zahl ja gezählt, aber hinterher ist mir die Geschichte zu blöd geworden. Und jetzt kann mir meine jungfräuliche Gattin samt ihrem Abend in Herrn Papage stohlen werden. Sag, sag, jetzt spielt er wieder blöd. Bildet sich einer der Weihlandfrieden ist der Große. Entweder er fröhnt oder er schläft oder er trankt sich mit mir. Armer Herr Schmidt. Ah, da habe ich mich ganz schön in den Nesten gesetzt, aber damit ist jetzt Schluss. Das Schloss wird verkauft und dann hat meine Frau die Wahl zwischen mir und ihrem Abend den Herrn Papage. Wisst ihr, jetzt hätte die Flöte verschlägt. Und wenn sich mein Schwiegervater nicht nach meinen Wünschen richten will, dann soll ich den Teufel holen. Na, na, na. Der Teufel soll ihn holen. Wen soll der Teufel holen? Wie beim Skar, immer sehen, der Dumm fragt. Was ist das für ein Krach? Wie der Schrei wie in einer Markthalle und diese Luft. Ja, Sie rauchen schon wieder trotz meines Verbots. Ich bin so frei. Ihre Zigarren verpesten die Atmosphäre. Hey, 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 die Dinger haben sechs Fällestück gekostet. Willst du mal ziehen? Ich verzichte. Außerdem verbitte ich mir im Pertinenzen den Gegenwart einer dritten Person. Hey, Lenz, solange ihr hört, Sie sind eine dritte Person. Ja, du sagen sie doch immer was, Lenz. Oh, fällt mir gar nicht ein. Guten Morgen. Lachen Sie nicht, Herr Schwiegersohn. Hören Sie lieber, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich habe Ihnen eine Eröffnung zu machen. Bitte schön, eröffnen Sie. Rauchen Sie nicht, wenn ich mit Ihnen rede. Wieso denn nicht? Sie reden ja auch mit mir, wenn ich rauke. Ihr Rauchen ist mir unangenehm. Mir macht es Vergnügen. Ich singe von Tag zu Tag mir ein. Ihnen ist der außergewöhnliche Vorzug, der Schwiegersohn des letzten Grafen von Rabenklau zu sein, noch nicht zum Bewusstsein gekommen. Nee, aber was anderes ist mir zum Bewusstsein gekommen. Ich war doch für Sie nur Mitte zum Zweck. Ihnen war doch nur an einem reichen Schwiegersohn die Lehne ihre Schulden bezahlt. Ja. Nee, das erlaube ich nicht. Ich habe Sie von Ihren Gläubigen befreit. Ich habe das Schloss gekauft. Ich habe Ihre Schulden bezahlt. Und was machen Sie? Sie piesacke mich von früh bis spät und stärken hier rum wie so ein Storch im Salat. Salat? Herr, ich bin sprachlos. Der liebe Gott, erhalte dir den Zustand. Dabei hätten Sie heute allen Grund, sich mein Wohlwollen nicht zu verschärfen. Wieso? Heute um Mitternacht ist Ihre 300-tägige Bewährungsfrist abgelaufen. Ach du liebe Gott. Und ich erkläre Ihnen auf das präzise Step, dass ich nicht gewillt bin, Sie voll und ganz in Ihre ehelichen Rechte einzusetzen. Und ich erkläre Ihnen auf das Präziseste, dass mir das Scheiße hier alles ist. In den 299 Damen, ich würde mich klar geworden, was für ein Idiot ich gewesen bin. Nicht nur, dass Ihre Tochter in der Zeit nicht meine Frau gewesen ist. Nee. Sie hatte doch für nötig befunden, mit den nobelen Jünglingen, die Sie immer eingeladen haben, hier rum zu posieren und Ihren Adeligen Passionen nachzugehen. Und mir blieb dann das bürgerliche Vergnügen, den ganzen Mist zu bezahlen. Herr, was warten Sie mir auf, was ins Gesicht zu sagen? Ja, dreh dich rum, ich sage es doch auch in der Nacken. Sie haben aus meinem rüben Adelsitz eine Radau-Bude gemacht. Den meisten Radau machen Sie doch hier. Im Machstall, wo einst die älteren Streitrosse meiner Ahnen standen, haben Sie ihre ratternden Papiermaschinen aufgestellt. Und aus meinem Ahnensaal, wo 27 Generationen von den Wänden herabflicken, haben Sie eine Lumpensortieranstalt gemacht. Ja, dann ist es doch geblieben, was es war. Und dort, wo einst die Wiege der Stammmutter derer von Rabenklau stand, haben Sie ihren Schreibtisch aufgeplant. Mein lieber Grab, wenn wir da draußen nicht arbeiten und hier nicht mehr tippen, haben Sie nichts mehr für zernippen, ne? Wir sind von einer empörenden Formlosigkeit. Guten Morgen. Oh, die nötige Frau. Guten Morgen, verfahren Sie. Guten Morgen, mein liebes Kind. Anton, ich brauche unbedingt ein neues Auto. Was? Für die 30 Kilometer bis zur Bahn haben wir fast eine halbe Stunde gebraucht. Einschau, der hat da einen Rumpelkasten. Hey, in 80 Fähne, Spock, man ist doch kein Rumpelkasten. Hast du sonst noch was auf deinem Hochwohl geboren, Herr? Ja, ich wollte dich freuen, ob du die Einladung an die Frustin Ingersingen geschrieben hast. Nee, hab ich nicht. Hier wird sowieso nicht mehr eingeladen. Hier wird nur noch ausgeladen. Ach, Schmitz. Und der Erste, der ausgeladen wird, sind Sie. Denn ich habe es satt, mit einem so ungenießbaren Schwiegervater, wie Sie es sind, unter einem Dach zu legen. Das ist ja empörend, dass du so etwas meinem Vater zu sagen darfst. Komm, verfahren wir gehen. Nein, mein Kind, denk an unseren Wahlspruch. Furchtlos und unverzagt. Ich werde diese Aussprache zu Ende führen. Olympia, wir bleiben. Schön, dann gehe ich. Denn für heute habe ich genug von Ihrer dämlichen Quatscherei. Herr, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Mein Urahlen war bald, du ihn von Rabenklau. Großmeister des Johanniterordens in Marienburg. Und ich bin Heinrich, der Letzte. Ha, mein Herr, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Mein Vorfahrer war Hubert Schmitz, Großmeister der Bäckerinnung in Köln-Nippes. Und ich bin Anton I. Der Erste. Ah! Das ist kein Mensch. Das ist ein Bodo Kude. Riech dich nicht auf, Papa. Ich werde selbst die Einladung an die Frau sich um mich hinzuschreiben. Ja, mein liebes Kind, du hast ganz recht. Wir wollen uns in der Erfüllung unserer gesellschaftlichen Verpflichtungen mit dieser plebehaften Allüren des Herrn Schmitz nicht stören lassen. Sie, Herr Graf. Wie bitte? Draußen ist ein Herr. Wie heißt er? Sperling. Sperling. Von Sperling. Nee, bloß Sperling. Ein ganz gewöhnlicher Sperling? Komm, mein Kind. Ja, Papa. Melden Sie den Spatz da drüben. Kommen Sie so lang rein. Setzen Sie sich da hin. Dankeschön, ja. Und ja, nichts anfassen. Hier ist alles hier zählt. Herr Schmitz. Ja, bitte. Hier ist ein Herr Spatz. Nee, Sperling. Frau, die Jungfrau. Sperling. Sperling. Spatz. Sperling. Oder Mösch. Das erzählen wir. Guten Morgen, Herr Spatz. Was kann... Das schwebelst doch gar nicht. Hans. Händchen. Hans ins Haus. Willkommen in meinem Schloss. Ich danke dir. Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Ja, nicht erst. Ja? Lebst du noch? Tja, wenn man so ein Leben wie mein Leben ein Leben nennen kann, dann lebe ich noch. Erzähl doch mal. Halt, setz dich. Was möchtest du trinken? Bier, Wein, Limonade, Kakao? Oh, nee, nee, nee. Lass du, Anton. Komm, komm, komm. Was trinkst du denn für gewöhnlich? Oh, für gewöhnlich trinke ich Wasser. Wasser? Ja, zu mir nimmst du nicht mehr. Wasser kannst du auch von mir haben. Ha! Was hältst du denn von diesem Wasser hier? Mensch. Kirschwasser! Haha! Wie lange habe ich sowas nicht getrunken? Prost, Anton. Wohl Dank. Oh, tut das gut. Herrgott, wohnst du aber schön hier. Das Schloss und der Park und der Sprudel und der Springbrunnen. Na, du bist der glücklichste Mensch. Ja, so glücklich, dass ich jetzt abwachen kann, das Schloss mit samt dem Park und dem Sprudeln und dem Springbrunnen wieder zu verkaufen. Was, das alles verkaufen? Pst, bitte so laut. Darf ja keiner wissen. Schön, wie ihr Vater meiner Frau eine Überraschung bereitet. Sind die denn nicht nett zu dir? Nett? Mein Schwiegervater, der blaue Heinz, ist ein alter Krakeler. Und meine Frau, der dumme Jans. Na, hör mal. Und deine Schwiegermutter? Hab ich keine. Aber mein Schwiegervater stellt die Schwiegermutter aller fünf Erdteile in den Schatten. Der Ärgerbrunnen war die Schwindsucht. Schwindsucht? Ja, entsetzlich. Ist ja auch entsetzlich. Ach, du kennst doch das alte Lied. Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Na ja, ich hatte eine Menge Jens vor dem, dachte, siehst du dir mal die Welt an. Ich fahre also erster Klasse nach Baden-Baden ins Hotel Stefanie. Ach, was soll ich da lange erzählen? In dem Hotel, da saß der alte Raubritter mit seiner neunzackigen Tochter und er acht Tage um war. Hatten sie mich eingefangen? Was eingefangen? Ist ja entsetzlich. Ist auch entsetzlich. Schältfisch nichts mehr. Ich war ein Riesenrindvieh. Apropos Riesenrindvieh. Wie sind ihr denn so, ihr Jango? Oh, das will ich ja eben mal chronologisch entwickeln. Also angefangen habe ich mit geistiger Arbeit. Das ist ja faul. Meine Romane hat doch kein Mensch gelesen. Aber dann? Dann wurde ich Schauspieler. Ach, das ist ja noch fauler. Oh, bitte sehr, ja. Ich habe den Hamlet gegeben. Und, wie war's? Oh, die Leute haben viel gelacht. Na, dann habe ich den Schauspieler an den Nagel gehängt. Und jetzt bin ich Hauslehrer. Aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Warum? Meine Schüler wissen mehr als ich. Und was hast du jetzt vor? Oh, das will ich dir sagen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich zu dir komme. Siehst du, ich habe einen Onkel in Kapstadt. Kapstadt, Kapstadt, Kapstadt. Liegt das nicht in Afrika? Ja, in Südafrika. 33 Grad südlicher Breite, 18 Grad östlicher Länge. Hey, woher weißt du das denn? Von meinen Schülern. Ach so. Nun, schreibt mir mein Onkel, ich möchte sofort zu ihm kommen. Und was sollst du das? Nur seine Kinderauter richten, nehme ich an. Ach ja, klar. Also habe ich mir gesagt, Hans pack deine Sachen und fahr zu ihm. Na, Vater. Ach, was wachtest du noch? Aufs Geld. Ach so, du wachtest aufs Geld. Du wachtest aufs Geld. So, und da hast du gesagt, ich könnte... Ach, Anton. Anton, ich danke dir. Ich habe mir nur ja nichts gesagt. Aber du tust es doch. Ich seh dir doch an. Deine milden Zügen, deine freundlichen Lächeln. Ja, 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 ja. Hör auf, hör auf, hör auf. Die Geschichte wird was zu teuer. Sag, wie viele Frauen können, oder sag, deine Doppelte kriegst sowieso nur der Hälfte. Gut, dann 10.000 Mark. 10.000 Mark, schön, du kriegst einen Scheck. Über 3.000. Moment mal, die Hälfte sind 5.000. Aber was hast du das denn? Ach so. Du hast ja Schüler. So. Anton. Anton, ich danke dir. Bitte sehr. Du bist wirklich ein Prachtkerl. Prost. Prost. Er ist wirklich ein Prachtkerl. Ja, bitte. Oh, guten Tag, Herr Breuer. Prost, Herr Breuer. Prost, Herr Breuer. Halt doch die Kacke, Mensch. Ja, bitte. Natürlich. Selbstverständlich kann Ihre Nichte mitkommen, das Schloss besichtigen. Aber ja. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, gut. Ja, lassen Sie den Wagen beim Parkeingang stehen. Ich hole Sie dann dort ab. Gut, bis nachher. So. Jetzt hören wir mit der Dorferei auf. Ich erwarte einen reichen Fabrikanten, den Sie das Schloss verkaufen will. Ja, du komm, komm, komm. Alles Gute. Komm gut nach Afrika. Lass Sie nicht von Wilden Kieren aufressen und schreib meine Karte, wenn du angekommen hast. Ha, Marja. Ach, Anton, was denn? Wann soll ich dir das Geld zurückgeben? Ach, hat doch Zeit. Anton, was denn noch? Anton, wie kann ich dir bloß danken? Du kannst mir gefallen. Pass auf, geh da rein, zweite Türe links, da sitzt mein Typ vorne an die Lenz. Schick die nach Hause. Gut, mach ich. Ach, Anton. Anton, was soll ich dir denn sagen? Du sagst, von der Lenz geht in den Auge für heute Schluss. Schön, das kann die machen. Ja, aber pass auf, verlieb dich nicht. Die Lenz ist ein wunderschönes, hübsches, schlankes, junges Mädchen. Ha, ha. Und eine Figur hat die, sage ich dir. Eine Figur. Die ist so schlank, wenn du die sehen willst, musst du zweimal hingucken. Ein wunderschönes, hübsches Mädchen. Eieieiei. Oh, da will ich ja lieber noch ein Kirschwasser trinken. Oh, wer weiß, wie hübsch die ist. So. Ja, jetzt bin ich gewissermaßen zu allem fähig. Ja. Fräulein Lenz, ich komme. Komm, mein liebes Kind, die Luft ist dran. Der Spatz ist weggeflogen. Ja, Papa. Setze dich und schreibe jetzt die Einladung an die Gräfin in der Zähne. Ja, Papa. Ich werde dabei den Marsch da inspizieren. Ja, Papa. Ich kann diese Lenz nicht finden. Da ist sie ja. Ja, das ist doch der Wetter. Ja, wirklich ein schönes Mädchen. Und das Kirschwasser. Ilf! Ilf! Bitte? Vor den Entschluss gehen Sie nach Hause für heute ist Lenz. Sprechen Sie mit mir? Ja, freilich. Gehe Sie nach Hause, Freundin, für heute ist Schluss. Ja, sagen Sie mal, wer sind Sie denn überhaupt? Ich. Ich bin ein Spatz. Ein Schwerling. Ein Jugendfreund Ihres Prinzipals. Ein Jugendfreund meines Prinzipals? Ja. Ach so. Sie meinen, ich sei, das ist ja ausgezeichnet. Haben Sie denn schon mit meinem Prinzipal gesprochen? Ja, so eben. Da hat er gesessen. Und hier? Hier habe ich gesessen. Kommen Sie gut mit ihm aus, Frau Leibchen. Man schlägt sich so durch. Ach, man schlägt sich. Kann ich aber nicht verstehen. Mein Freund ist ja so ein netter Mensch. Wenn der mal schlechte Naune hat, so liegt das nur an seinem unglücklichen Familienverhältnis. Was Sie nicht sagen, hat er Ihnen davon erzählt? Na und ob, da hat er gesessen. Und hier habe ich gesessen. Er hat mir sein Herz ausgeschüttet. Na, der war ja vielleicht wütend. Sie hätten nur mal hören sollen, wie der über seine Frau geschimpft hat. Und über den blauen Heinrich. Den blauen Heinrich? Wer ist das denn? Den kennen Sie nicht? Nein. Na, der ist doch der Alte, der hier immer rumläuft. Na, das ist doch sein Schwiegervater. Muss ein ekelhafter Kerl sein. Na ja, und seine Frau erst, aber Sie werden sie erkennen. Wissen Sie, wie er die genannt hat? Nein, wie denn? Dumme Gans. Das hat er auch gesagt? Wörtlich. Da hat er gesessen wohl. Hier habe ich gesessen. Aber sagen Sie doch bloß nicht weiter. Das wäre mir sehr unangenehm. Und ihm vielleicht auch. Das kann wohl sein. Herr Spanning, ich danke Ihnen für Ihre interessanten Mitteilungen. Bitte sehr, Fräulein, denn es ist gern geschehen. So, jetzt muss ich auch auf den Weg machen, sonst finde ich mein Schiff nicht mehr nach Afrika. Ach, Sie verreisen? Ja. Nach Afrika? Nach Südafrika. Rhein-Reich-Grad-Süge, ja, Freile 80 Grad ist der Länge. Ja, dann leben Sie wohl, Herr Spanning. Fräulein, auf Wiedersehen. Aber lassen Sie doch meine Hand schmogen. Fräulein, was haben Sie für ein zartes Händchen. Beine, bin ich schon im Zug, morgen auf dem Weg nach Afrika und wenn ich erst in Kapstadt wende. Moment mal, bei mir kommen Sie nicht mal bis zum Äquator. Ja, 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 ja. Das Tippfreude, aber kräftigen Anschlag. Hoppala, also, ich glaube, da wart ein bisschen viel Kirschen im Wasser. Fräulein, Lenz, Ihre Handschrift, die wird mir unvergesslich sein. Soll ich dich, meine Herr Kapitän? Soll ich dich, meine Herr Kapitän? Herr Kapitän war das schön hier. Findest du nicht auch Ockel? Ockelchen! Ja, Ockel, wo bist du denn? Ja, nun komm doch! Ja, wo ist denn hier der Eingang? Schön, Herr Schmitz, wunderbar das Schloss und alles drum und dran und der Park und die nackigen Weiber auf den Säulen. Ja, ich meine, die Marmorfrauen, leider sind sie nicht lebendisch. Herr Schmitz und das Palmenhaus. Herr Schmitz, was ist denn? Das Palmenhaus! Was ist denn mit? Das ist schön! Ja, 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 dann schön. Ist wahr, Paula, ne? Ja, ja, ist wahr, Onkel. Ja, was denn, Onkel? Ja, passt doch auch nicht auf. Das Palmenhaus ist schön. Oh ja, das Palmenhaus ist wunderschön, Onkel, auch hier ist alles ganz wunderschön. Und die Waffen da oben? Ja. Falsch, bloß und unversagt. Ist an ihrer Fabrik Marke? Oh, mein Gott ist so. Waffen da bloß sind manche hier, Vater, und er verklagt sie wegen Ehrenbeleidigung. Aber Janne, in der Schwester, als der Junge, hab ich mir schon immer ein Schloss gewünscht. Alle Schlösser am Rhein hab ich besichtigt, alle und wenn ganz mehr da war, hab ich immer ein Fahrradschloss gekauft. Aber dann ist es ja nicht. Wo ich gern noch Schlossbesitzer werden soll, da schwillt mir das Brust. Oh ja, und von mir auch. Ja, Paula, mein einziger Nichter, ich bin doch auch der einzige Onkel. Und eine ledige Onkel. Ja, ja. Alles, was ich den Kindern in den Augen absehen kann, kriegt es von mir. Ja, ja, so eine Onkel möchtet ihr auch haben. Ja, ja, so eine Onkel möchtet ihr auch haben. Frau Drach, wie gefällt es Ihnen denn hier? Ach, ich find's hier alles ganz schrecklich, romantisch. Ja, ja. Der Schlossforz, die Ahnenbilder. Ja, ja. Der Blechmann da. Ja. Haben Sie auch noch, ich verließe eine Folter, come on. Nee, 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 das haben wir noch. Doch, doch haben wir noch. Haben Sie Onkel? Hier vorne wohnt der alte Folterknecht und dahinten die eiserne Jungsfrau. Nein! Kann man nicht mal kennenlernen. Da habe ich jetzt nicht die eiserne Jungsfrau. Sieh mal nicht. Sehen Sie mal, wenn man so wie ich von morgens bis abends, so von abends bis morgens... Ein Moment, wieviel Morgen hat der Komplex hier? 1200. 1200. Ich war den ganzen Morgen schlecht gebraucht. Aber kaum erscheinen Sie auf dem Plan, da... Haben Sie denn vielleicht auch einen Plan von dem Jansen hier? Ja, ja, den hab ich, Herr Breuer. Kommen Sie mit drüber an den Schreibtisch. Oh, jo. Da habe ich genau das, was Sie brauchen. Prima. Bitte sehr. Dankeschön. So. Hier haben Sie einen Plan. Und da können Sie sich jetzt richtig schön rein vertiefen. Gerne ich nicht. Warum nicht? Verkehrt herum. Wieso? Ach so, köchst hier rum. Ja. Na, was sagen Sie? Der Onkel taucht das Schloss und Sie werden einen richtigen Schlossfreulat. Und wenn Sie glauben, davon hat er mir engst und imponiert. Da sind Sie aber auf dem schönsten Holzweg. Ich liebe die joldene Freiheit, die herrliche Natur und nette und fröhliche Menschen. Der ganze Adel, der Schnickschnack mit seinem Blim Bim und Prara, da kann man doch gestohlen bleiben. Und so wie ich, denn doch meine beste Freundin Frieda. Sagen Sie das noch mal. Warum denn? Was gefällt mir? Das muss ich auswendig lernen. Adel, der Schnickschnack, Prara und Klüft. Das kann ich vielleicht noch mal brauchen. Ja, was das gefällt mir. Und eigentlich müsstest du aber doch böse sein. Wieso? Na ja, die hören doch sicher auch zu den Leuten, bei denen der Mensch ist mit dem Baron anfänger. Jetzt bitte ich Sie aber mal, sehe ich wirklich so aus. Also hören Sie mal, Herr Ausseher hier. Was ist denn? Da bin ich die Schnauze auf dem... Nee, nee. Was ich aufhören, Herr Breuer, ist schon recht hier über. Ja, sehen Sie. Kommen Sie mir aus der Terrasse. Ja. Da bin ich Ihnen, wo das überhaupt nicht herkommt. Sehen Sie da hinten das Haus? Da hinten. Wo? Da. Ja, da stehen zwei Häuser. Ja. Sehen Sie das eine Linke davon? Das Linke? Da gehen Sie rauf auf die vierte Etage und da fahren Sie am Schlüssel. Was muss ich? Die fahren am Schlüssel. Ich muss aber nicht. Nee. Nicht nach dem Schlüssel. Gehen Sie die vier Etagen runter, gehen Sie auf der anderen Seite wieder rauf und von da oben haben Sie einen Überblick, sage ich Ihnen. So weit von Überblick haben Sie noch nie Überblick. So. Rauf, runter, rauf und da kommen Pünken. Richtig. Ich bin doch kein Idiotchen, du Jek. Paula, wenn ich nicht wiederkommen soll, dann bin ich unterwegs geschmolken. Rauf, runter. Oh. Oh, das ist mir falsch, ich falle. Ja. 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 Vorgang. Ja. Oh. Warum haben Sie meine Onkel denn jetzt gescheschickt? Haben Sie das denn, Herr? Oh, ja. Ach, ist doch kein Vergnügen andauer, unterbrochen zu werden. Wer weiß wann ich Sie jemals wiedersehe? Und jetzt sind wir zwei allein und da können wir uns ganz schön unterhalten. Ruhig und ungestört. Entschuldigung. Was? Ich muss den Tisch decken. Wie, ich muss den Tisch decken? Ich muss den Tisch decken. Ja, aber doch nicht jetzt. Ja, wieso nicht jetzt? Sie wollen doch essen. Ja, heute Abend. Dann halten Sie das. Bis heute Abend. Mann, ist die frech. Was machst du jetzt damit? Ach, dann schieben wir einfach unser Sofa. Nee, nee, nee. Ach, Herr Schmitz, das können Sie doch nicht machen. Nee, nee, kommen Sie mal her. Ja, stellen Sie das Tablet dahin, legen Sie mein Tischchen, legen Sie es auf den Sofa und jetzt werde ich Ihnen den Tisch decken. Ja, können Sie das denn? Ja, natürlich. Und passen Sie ganz schön auf, Herr Schmitz, das können Sie dann das nächste Mal auch ganz allein machen. So, jetzt kommen wir zum Teller und dann das Besteck. Messer, Gabel und Löffel. Wie die das machen? Wenn meine Frau da probieren, dann wird das Teller schon kaputt. Jetzt kommen noch die Serviettchen und dann sind wir schon fertig. Na, Herr Schmitz, was haben Sie jetzt? Kolossal. Das ist der gedeckteste Tisch, den ich je gesehen habe. Gedeckt und gedeckt und gedeckt und gedeckt. Wissen Sie was von dem Tisch? Lass ich mal eine Ansichtskarte machen. Sag mal mal anderes. Können Sie auch kochen? Oh ja, kochen wir ja, sehr gut. Ach, das sagen alle Frauen. Und dann waschen Sie den Salat mit Seife und wundern sich, dass die Eier nach 20 Minuten immer noch nicht weich sind. So, das ist dann zum Beispiel Ihre Lieblingsspeise. Meine Lieblingsspeise, jetzt lege ich sie rein. Meine Lieblingsspeise, das ist Sprütchen mit Kordelfleisch. Also Sprütchen kenne ich, das ist der Rosenkohl, ne? Aber was ist denn Kordelfleisch? Also bloß, Sie kennen kein Kordelfleisch. Das ist ja die Roulade mit der Kordelfleisch. Natürlich, die kenne ich das. Ja. Sie machen es ja sehr gut, ja? Ja, was können Sie sonst noch? Oh, wie wäre es denn zum Beispiel mit Kartoffelkuchen? Kartoffelkuchen? Na, Riefkuchen. Sie können Riefkuchen machen? Oh ja. Ach komm, setzen Sie sich hier auf den Sofa, dann machen wir jetzt mal Riefkuchen. Wie war denn hier so aus der Lament? Ja, das ist aus der Lament. Hier. Hier, das ist unser Topf. Hier. So, und das hier, unser Löffel. Gut, da haben wir ja schon viel. Also, brauchen wir jetzt Kartoffeln. Kartoffeln, wie viele? Na, wie viel Riefkuchen essen Sie denn? Wie viel esse ich denn? 15, 20, 30? So viele? Was, ich dachte so, 8 bis 10? 8 bis 10, ich bitte Sie. Da ist doch was für eine hohle Zahl. Ja, nur wenn noch Besuch kommt. Wenn Besuch kommt? Na, dann machen wir drei dabei. Also gut, nehmen wir 10 Kilo Kartoffeln. 10 Kilo Kartoffeln. Waschen sind Sie schon? Jetzt werden Sie geschäden. Ich nehme die Kartoffeln, schäle die Kartoffeln. Aber schön dünn, ne? Ja, ganz dünn, ganz dünn, ganz dünn. So, hey. Nein, nicht abreißen, ich habe eine lange Schale. So. Was ist das denn? Jetzt muss das Eugelchen rauslassen. So, und jetzt werden Sie gerieben. Was haben Sie gemacht, Herr Schmitz? Na, meine Finger hier raten. Ach, die arme Mann. Kommen Sie mal her. Bitte gut, ne? Jetzt ist wieder gut. Jetzt haben wir die Kartoffeln, so. Was kommt jetzt? So, jetzt kommen die Eier. Die Eier, wie viele? Oh, ich würde aber sagen, 4 Stück, ne? 4 Eier, auch 10 Kilo Kartoffeln. Was kommt das für ein Teich hier? Nein, 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 nein. Wir nehmen ein Dutzend Eier, zwei Dutzend Eier. Haben Sie doch warm und Hühnerfahre. Ja, aber wir nehmen nur das Gelbe, dann wird der Teich schön sämlich, ne? Zack, trennen und rein. Zack, trennen und rein. Schön rühren und jetzt kommen die Gewürze. Was brauchen wir da? Pfeffer und Salz. Pfeffer und Salz. Zack. Herr Schmitz? Was ist denn? Ja, scharf mich vertan. Wieso? Kommt ja keine Pfeffer rein. Keine Pfeffer. Kommt, tu mir den Pfeffer wieder raus. Ja, höher raus. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Na, die Zwiebeln. Ach, die hätte ich bald verjessen. Natürlich, Zwiebeln. Die schneide ich ganz, ganz klein. Tup, 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 tup. Aber tun so. Ja, 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 ja. So, die Zwiebeln haben wir auch. So, das Rühren. Rühren. Jetzt muss ich mal abschmecken. Alles okay. Lecker. Wunderbar. Ja. Ja, wir haben bloß keine Pfanne. Oh, dann ist es wahr. Wir haben ja keine Pfanne. Keine Pfanne. Dann ist das... Oh, oh, ich habe eine gesichtet. Ja, hier hängt schon. Ja, das ist eine tolle Pfanne. Noch ein bisschen bestürzt. Hier, hier, das sehen wir als O. Das ist unser Ofen. Bitte sehr. So, genau. Und jetzt kommt der Tag. Oh, oh, jetzt. Mann, oh, Mann, das spröht selber. Jo, jo, jo. Bisschen schütteln, dann den ansetzt. So. Jetzt treten Sie bitte zurück. Ich wende feindlich. Das können Sie. Bitte schön. Halt auf. Halt auf. Halt auf. Halt auf. Stopp. Oh. Dann ist mir jetzt unangenehm. Ach, keine Zwiebeln. Wie das duftet. Wie das duftet. Wie das duftet. Duftet? Ja. Ach, Herr Schminze. Jetzt hätte ich mal mal weinen. Das ist nüsst verbrannt. Ich will mal sehen von meinen Augen vergleichen. Jetzt hätte ich Beinlein der Reibekuchen reingebissen. Wie das duftet. Wie das duftet. Was machen Sie denn da? Reibekuchen. Das ist verbeißen. Reibekuchen. Ach, sind Sie doch bei Trost oder wollen Sie sich über mich würdig machen? Ein für alle Mal. Ich mag Kerel, er scherze nicht. Was gibt's denn dir, Papa? Aufregen muss man sich immer aufregen. Immer vor dem Essen. Jedes Mal vergeht mir der Appetit. Komm, komm, komm. Du hast es ja immer noch ganz schön reingehauen. Wollen Sie etwa damit andeuten, dass ich ein Vielfass bin? Das haben Sie gesagt. Papa, du müsstest diese Lieblosigkeit von Anton noch längst gewöhnt sein. Wenn sich hier jemand an Lieblosigkeiten ihr Wohl haben müsste, dann werde ich das erwohnt. Du hast in der letzten Zeit einen Sohn. Setzen wir uns! Setzen wir uns. Setzen wir uns. Wird's weit. Was machen Sie denn da? Ja, der kann doch auch was tun. Mahlzeit. 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 Herr Schmitz, was singe ich? Sie putzen ja den Löffel. Ja, ja. Sauber ist sauber. Das schickt sich nicht. Unterlassen Sie das. Also schön, erst mal den Röntgen sparen mit. Herr Schmitz, Sie wollen sich wohl aufhängen? Nee, aber wie leid, ich kann man sich beschlabbern, ne? Man bekleckert sich nicht. Unterlassen Sie das. Also schön, unterlasse ich das auch. Ja, was sagt denn, Anastasius? Wieso servieren Sie die Suche nicht, die Minna? Frau Leid, Minna packt ihre Sachen. Packt ihre Sachen. Sie will aus den Dienstpreis. Und soll das denn heißen? Das heißt, dass ich Ihre freche Minna entlassen habe. Morgen biete ich jemand nach meinem Geschmack. Lieber Graf, ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich verbiete Ihnen, sich in meine häuslichen Angelegenheiten einzumischen. Die Minna bleibt. Die Minna geht. Sie bleibt. Sie geht. Sie bleibt. Sie bleibt. Sie geht. Herr Schmitz, zur Strafe essen Sie ab morgen allein auf Ihrem Zimmer. Wunderbar, dann bleibt mir Ihre dämliche Visage erspart. Ich verbiete dir, meinen Vater zu beleidigen. Das ist Infamie. Ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch. Hinaus. Da sind Sie jetzt völlig übergeschnappt. Noch gehört, das Schloss mir, wenn Sie vielseater haben, dann schmeiße ich Sie raus. Herr Schmitz, jetzt mache ich der Sache ein Ende. Das brauchen Sie ja nicht. Das Ende habe ich bereits gemacht. Ich habe das Schloss heute Vormittag verkauft. Was? Sie haben das Schloss meiner Väter verkauft. Und deiner Mütter. Das hast du getan, Anton? Ja, das habe ich getan. Es ist hier nicht mehr zum Aushalten. Ha! Wenn du glaubst, dass mir dieses Leben hier imponiert, dann bist du auf dem Holzweg. Anton! Holzweg! Der ganze Adelige Schnickschlag mit einem Trara und dem Binderkammel in den Stohlen werden. Trara! Ich liebe die goldene Freiheit, die herrliche Natur, nette und fröhliche Menschen und so wie ich, denke auch meine beste Freundin, Frieda. Frieda! Herr Schmitz, nun ist es aus. Wir lassen uns von Ihnen scheiden. Olympia, komm! Olympia, bleib bei mir! Nein, Anton. Die dumme Galle geht mit ihrem Vater, dem blauen Heinrich. Was hat er gesagt? Blauer Heinrich? Ja, Papa. Was ist blauer Heinrich? Stieferis mit Flüns. Ich, ein steifer Reis mit dieser Blutwurst? Anastasius! Anastasius! Wir verlassen sofort dieses Schloss. Holen Sie unsere Sachen, wir gehen. Sie gehen mit. Papa, überein! Nein, mein Liebes Kind, ich weiß ganz genau, was ich tue. Ich lasse mir doch hier keine Vorschriften mehr machen. Sie, Sie sollen den blauen Heinrichs noch kennenlernen. Ach, wen kenne ich so genügend? Mein Herr, Sie sind die letzte Zeit der Gatte einer Gräfin gewesen. Olympia, setz deinen Hut auf. Ja, Papa. Sie haben uns gekränkt und beleidigt. Sie haben den Stammbaum derer von Rabenklau besugelt. Olympia, setz deinen Hut auf. Was hat sie so schuld? Wir haben ihre schlechten Manieren ertragen und haben dazu geschwiegen. Aber ihre heutige Bruthaltigkeit setzt allem die Krone auf. Olympia, setz deine Krone. Wer hat setz deinen Hut auf? Papa, ich hab's doch drauf gesehen. Noch häufig, die ich Zuschreibungsanwalt. Sie sind das schuldige Teil. Sie werden fahlen, bis sie sehen und schwarz von den Augen. Ha, da können Sie warten, bis der Sohn so nen Vollbart rischen. Anastasius, fast. So, mein lieber Herr Spitz, der blaue Heinrich geht, aber er kommt wieder. Nehmen Sie sich in Acht. Seien Sie auf der Hut. Olympia, setz deinen Hut auf. Er sitzt doch schon. Oh, mein Kind, furchtlos und unverzagt. Mein Herr. Mein Herr. Lieber Herr Spitz, ich danke dir, dass du mich von dem blauen Heinrich befreit hast. Ich gebe zu, ich habe alle Hand auf dem Kerl von. Aber so nen Schwiergefahrt habe ich wirklich nicht verdient. Was sagst du dazu? Siehste, da kannst du ja nichts sagen, aber eins verspreche ich dir. Von heute an soll mein Leben eine neue Form annehmen, eine irgende Form. Du weißt doch, zehn Kilo Kartoffeln, 30 Eier, 40 Zwiebeln. Ach, was? Du kriegst einen Reibekuchen ganz für dich allein. Ich aber auch. Hier, Leute, an den Abelschloss hier drauf schicken Sie mal Kaufvertrag. Wunderbar, prima. Komm, jetzt wollen wir gehen. Nein, 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 Sie können jetzt nicht gehen. Wollen wir nicht. Wieder geht es nicht. Wunderbar. Nein, 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 ich, 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 ich. Ich habe doch für Sie decken lassen. Was? Und jetzt, wo ich mich scheiden lasse. Oh, das finde ich aber aufmerksam. Dann ich mich scheiden lasse. Nein, dann decken lassen. Aber Sie lassen sich scheiden? Ja, dann lass uns doch bleiben auf. Ja, Sie müssen mich machen, komm her. Sie ziehen die Jacke aus. Ja, klar, es ist viel zu warm. Ja, Sie haben recht. Sie machen die Hose aus. Da können wir mehr essen. Ja, klar. Sie putzen den Löffel. Sie putzen den Löffel. Ja, klar, sauber ist sauber. Ja, das habe ich doch immer. Oder Sie werden müssen. Ja, Sie binden selbst jetzt. Ja, klar, man muss doch schlauern. Lassen wir jetzt wieder schlauern? Ja, sieh, ja. Ja. Mahlzeit. 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 Ja, tollt ihr denn immer noch nicht? Zustände sind das hier? Brüß nicht mich. Oh, dann längst. Man rauscht doch nicht. Höhlt doch nichts. Wollten Sie denn was hören? Ja, Alexander. Mein Gott, Sie sind aber schon fleißig. Ein Mensch mit Pflichtgefühl ist schon seit zwei Stunden an der Arbeit. Also ist er nun erschwitzt. Der sitzt immer noch auf dem Balkon und frühstückt mit seinen Freunden. Das ist ja unglaublich. Es ist zehn Uhr und der Chef hätte es nicht benötigt, ins Kontor zu kommen. Doch jetzt seien Sie doch nicht so. Der arme Mann muss doch noch so viel nachholen. Ja, alles, was er bei seiner ersten Frau versäumt hat. Reden Sie nicht von solchen Sachen. Das ist ja unerhört. Guten Morgen, meine Damen. Ja, moin, Herr Schmitz. Guten Morgen, liebe Minna. Guten Morgen, meine liebe Lenz. Guten Morgen. Tup, 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 tup. Lassen Sie diese Handgreiflichkeiten. Unser Lenzchen ist heute mit dem linken Bein zuerst aufgestanden. Na, jedenfalls cooler als Sie, Herr Schmitz. Das will ich hoffen. Liebe Minna, tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie den Tag und tun Sie die Blumen, die ich bestellt habe. Das macht die liebe Minna glatt. Danke vielmals. Lenzchen, heute ist ein Fest- und Feiertag allererster Ordnung. Na, für Sie scheint ja jetzt jeder Tag ein Fest- und Feiertag zu sein. Ich bin sehr unzufrieden mit Ihren. Diese Locke, Wartoff, kann nicht so weitergehen. Warum schreien Sie denn so? Ich schreie im Interesse des Geschäfts. Na, dann schreien Sie weiter. Einen Chef, der bis morgens früh um zehn in den Federn liegt und sich den ganzen Tag nicht in der Fabrik sehen lässt, den kann ich nicht gebrauchen. Und wenn das so weitergeht, ist bei mich am fünfzehnten der erste. Herr Schmitz, was waren Sie nur für ein fleißiger Mann, als Sie noch Ihre erste Frau hatten. Lenzchen, hören Sie auf bei meiner ersten Frau, dann kriege ich eine Gänse aus. Na ja, aber mussten Sie gleich zum zweiten Mal von dieser blödsinnigen Einrichtung gebraucht machen, die man Ehe nennt? Meine liebe Lenz, diese blödsinnige Einrichtung, die man Ehe nennt, hat mir beim zweiten Mal das gebracht, was mir beim ersten Mal geblüht hat. Oh, Herr Schmitz, ihr Blüdsinn. Oh, danke, Sie mal. Was wollen Sie denn mit dem Gemüse? Das ist kein Gemüse, das sind Röschen. Für Sie hätte ich wahrscheinlich Löwenmollchen. Oh, Herr Lenz, guten Morgen. Paula, Paula, bleib stehen, jetzt kommt eine Rede. Liebe Paula, teure Gattin, heute ist Ehebespät. Wann ist? Gesponzen. Heute, am ersten Jahrestag seiner Hochzeit, überreicht jeder Mann einen wunderschönen Blumenstrauß. Empfange ihn aus seinen Fänden. Ja, wo ist er denn? Der liebe Mann steht hier. Na nee, der Blumenstrauß. Ach so, hier ist der Blumenstrauß. Ach, bitteschön. Sehr sehr schön, danke. Sie aber, verehrte Tafelrunde, erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Lenz, steh auf, du bist die Tafelrunde. Ergreifen Sie Ihr Glas. Lenz, ergreif dein Glas. Ich habe kein Glas. Mein Gott, dann nimm doch den Becher da. Und stimmen Sie mit mir ein in den Ruf, Frau Paula Schmidt. Sie gattet unseres liebreizenden, netten, freundlichen, höflichen Herrn Hans und Schmidt. Sie lebe hoch, hoch, hoch. Lenz, hoch, hoch. Ho, ho, ho. Lenz, was vom Klüsten, die ist direkt weg. Weißt du, was liefst du? Schafft euch keine Lust zu arbeiten. Na, ich glaub heute den ganzen Tag hier. Oh, die sind es aber schön. Ja. Da freue ich mich schon wieder, gehörst du heute den ganzen Tag nur hier. Weißt du was? Ich freue mich ganz schrecklich auf den heutigen Tag. Da bist du noch ein bisschen traurig. Wieso? So voll der Onkel nicht da. Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Wir denken, der ist in Gastsein, um seine Gicht auszukurieren. Und kriegen vor sechs Wochen eine Postkarte aus Baden-Baden. Verstehst du, oder? Kann man das überhaupt nicht mehr erklären. Weißt du was? Wir werden mal nach Baden-Baden telegrafieren. Können wir doch nicht. Wir haben doch keine Adresse. Doch, ich hab eine Adresse. Ja? Ja, Baden-Baden Hotel Stefanie. Baden-Baden Hotel Stefanie? Ja, was hast du? Den kennst du das Hotel? Ja, das, ja, da, da, da hab ich meine erste Frau kennengelernt. Ach, deine erste Frau. Warum hast du meine ich nie was von der erzählt? Ach, da gibt es nichts zu erzählen. Ach, das ist trotzdem sehr schade, dass ich sie nie kennengelernt habe. Weißt du was? Was? Heute musste man mal erzählen, wie sie ausgesehen hat. Ja? Willst du? Nee, ich will nicht, aber ich werd müssen, ne? Ja, ja, du musst. Also, wie hast du ausgesehen? Ja, wie hast du ausgesehen? Also, oben und Kopf, rechts und links zwei Arme, zwei Beine mit Füßen und Schuhen drunter. Ach, das ist doch blöd. Das ist wahr. Ach, wenn Sie in Gott, jetzt frag ich dich. Ja. Also, war sie größer alt ist? Ja. War sie schlanke alt ist? Nee. War sie jünger alt ist? Ja. War sie hübscher alt ist? Nee. Hast du sie lieber gehabt als mich? Ja. Was? Nee, nein, natürlich nicht. Nee. Oh, und lasst du vor jetzt? Vergessen. Ja, du ja. Schwörst. Schwörst. Andere Herz. Zack. Ach, du jäber. Geil. Na ja, dann bin ich zufrieden. Ach, das will ich kommen. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Das ist, mein lieben Jan. Ja, sagen Sie mal. Können Sie nicht anklopfen? Das nächste Mal. Ja, das ist schön. Was wollen Sie jetzt? Sie da draußen, ist er der Herr. Na ja? Ja, der kenne ich. Der war schon mal hier. Der sieht hier bloß völlig anders aus. Anders? Ja, der hat so langgelb Hemd an, ne? Und eine Kopfbedeckung. Die sieht aus wie Spiegelein. Spiegelein? Ja, das ist so ein Teller, ne? Und da oben ist eine große Dotter. Und oben drauf, da ist noch ein ganz kleines Dötter. Sehr schön. Dann lassen Sie das Dötter Schimale rein. Ich bin gleich wieder. Komm rein. Anton, hier hast du mich wieder. In voller Lebensgröße. Mensch, Berling, hast du dich verändert. Ja, da staunst du, ne? Wie du mich hier siehst, bin ich heute Besitzer des größten Tierpark von Tatschern. Ich habe die Firma meines Onkels übernommen. James Hagenbeck, Raubtiere en gros et en détail. Du darfst mir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ich liefere an alle zoologischen Gärten der Welt. Löwen, Tiger, Elefanten, Krokodile, Affen und Meerschweinchen. So, gestern? Gestern habe ich in Berlin einen Gorilla abgeliefert. Einen Affen, sage ich dir. Einen Affen so groß wie du. Du jägend Affe so groß wie mich, den gibt es doch ja. Du bist also kein Schulmeister mehr? Ach, was Schulmeister? Tierbändiger bin ich geworden. Ach, dann ist doch fast dasselbe. Ich sage dir, Anton, wenn ich so vor meinen Raufkatzen stehe, in der einen Hand die zwölfündige Peitsche, in der anderen für alle Fälle den sechsschüssigen Revolver, und da bin ich mit meinem Element, ja? Uah! Hey! Da steht so ein Fauch von der Löwe vor mir. Wo? Wo? Na da. Wo denn? Ach, Anton, du? Ich? Ach so, klar, ich verstehe. Pass auf, ich bin der Löwe. Haha. Jetzt kommt der Löwe, Schattenverpackung. Ja, ruhig. Und jetzt blitzt er mich mit seinen leuchtenden Augen an. Ich stehe auf ihn zu. Na, mein liebes Tierchen, ich tu dir doch nichts. Ne, 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 fort. Eins, zwei, drei, sprung zurück. Was? Du willst mich bei der EU? Ein Hieb mit der Feinsche? Einen zuсте billvoll. Ja, und dann liegt das Kätzchen da und wedelt mit dem Schwanz. Hey, Anton! Ja, 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 ich will dich ja schon, ja. Komm, sag mal, bist du Janzjeck? Bist du aus Arzt? Ja, ich komme mir das bei zu tun. Zunächst mal, zunächst mal will ich dir dein Geld zurückgeben. Oh, das höre ich gern. Und dann willst du dir mal ein kleines Nilpferd. Nee, dann passt du schlecht den Pochen hin. Also hier, bitte sehr, ein Scheck. Bloß Zinsen. Wunderbar, vielen Dank. Und wenn du wieder mal was brauchst? Nee, 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 nee. Die Zeiten sind vorbei, mein Lieber. Ah, dann hast du jetzt wohl so richtig viel Geld. Och so. Dreimal 100.000 Dollar. Dreimal 100.000, ein lieber Mann. Ach so, dann bist du jetzt nach Europa gekommen, um dich mal so richtig zu amüsieren. Nee, Anton. Nee? Pass mal auf. Ich hab eine Bitte an Sie. Bitteschön. Wo ist dein Tipp, Fräulein? Die Lenz. Wer? Da die Lenz. Meine angebetete Lenz. Deine angebetete Lenz. Äh, 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 kein Wort, du, ja? Sonst störst du die Bonne meiner Erinnerung. Und da, auf diesem Stuhl, da hat sie gesessen vor einem Jahr. In ihrer reizenden Gestalt. Und hier, an dieser Stelle, da drückte ich mein Gesicht auf ihre Hand. Und sie, ihre Hand auf mein Gesicht. Ach, wär ich der Handschuh doch auf diese Hand und küßte diese Wand. Oh, Romeo! Oh, Julia! Anton! Wo ist sie? Wer? Na, wer die Lenz? Na Gott, noch mal, was willst du denn mit der Lenz? Was ich will, was ich will. Heiraten will ich sie! Ja, will sie. Anton! Heiraten! Ja! 14.000 Kilometer bin ich gereist, nur um mir diesen Engel zu holen. Und jetzt, da die Stunde der Entscheidung gekommen ist, jetzt fehlt mir der Mut. Und dir fehlt der Mut, ich denke, du bist tierbändiger. Anton, lass mich in diesem Zimmer allein mit deinem wilden Nashorn. Na, da steh ich, mein Mann. Aber eine Frau ist doch kein Nashorn. Da kenn ich Ausnahmen. Anton, vor Frauen, da hab ich direkt Angst. Hä? Da fehlen mir die Worte. Was soll ich dir sagen? Fast fürchte ich mich vor der Lenz. Kannst du das verstehen? Ja, ja. Mit dem Nashorn wirst du fertig, aber nicht mit denen hier. Und darum tu du mir die Liebe und sprich du mit ihr. Ich? Bist du jetzt? Haha! Ne, 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 die Lenz, die kratzt und beißt. Mein Leben ist mein Lieber. Hey, du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Denk an, an, an Siegfried, wie er für König Gunther und Bromhilde war. Ja, der hatte ja auch ne Zahnkappe, ne? Also schön. Ich riskier's mal durch das Telefon. Das Kontor, bitte. Von Lenz? Ja, ja. Kommen Sie bitte mal rüber. Wie keine Zeit. Es handelt sich um Ihr Lebensglück. Um Ihr Lebensglück. Anton, lass mich mal Ihre süße Stimme hören. Was hat sie gesagt? Rutschen Sie mir den Buckel runter. Ah! Den Schlag nicht, Anton. Wäre schrecklich, wenn mich dieses herrliche Geschöpf verschmähen soll. Naja. Mein Geschmack ist sie ja nicht, aber... Für dir, Ben, ja, vielleicht gerade richtig. Ich will sehen, was ich für dich tun kann. Anton. Anton, ich danke dir. Bitte schön. Pass auf, morgen früh, da komm ich wieder und dann hol ich mir die Antwort. Denn jetzt muss ich wieder schnell auf einen Sprung nach Hamburg und einen Gorilla umtauschen. Aber morgen, Anton! Morgen! Da soll sie mein sein! Meine geliebte Aphrodite! Meine geliebte Aphrodite! Mit der herde Knauhe. Sehr liebte. Die wünscht, der schnitt! So habe ich mir die Läden so nie betrachtet. Oh ja. Das muss irgendwas mit der Sonne in Afrika zu tun machen. Ja. Da hat der Sperl, aber den Kopf gekriegt. Oh, der arbeitet nicht daran. Da sieht er immer die dicken Tiere, Elefanten, Nase und Milch. Jetzt gefällt ihm auf einmal die Läden. Jetzt gefällt ihm auf einmal die Läden. Mir soll real sein. Herr Länzchen, bitte nehmen Sie einen Augenblick Platz. Bitte lassen Sie sich kurz. Ich habe zweifelndlich Auslandsgrieße zu schreiben. Die Post wartet mich. Nein, nein, nein. Ich werde mich kurz machen, meine liebe Länzchen. Es handelt sich um Ihre geschätzte Person. Sozusagen um eine Lebensstellung für Sie. Brauchen Sie mich nicht mehr? Bitte sagen Sie es runter. Nein, 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 nein. Nichts geschäftliches. Eher, eher was Privates. Da habe ich keine Zeit. Herr Länzchen, so bleiben Sie doch sitzen. Sagen Sie mal, liebe Länzchen. Waren Sie schon mal so richtig verliebt? Verliebt? Ja. Verliebt. Was soll mich bewahren, lieber eine Blinkarmentzündung? Naja, das ist Ansichtssache. Aber wie dem auch sei, ich habe einen Freund, Herrn Sperling. Der hat Sie gesehen und hat sich auf der Stelle in Sie verliebt. Wieso? Das weiß ich auch. Herr Schmidt, lassen Sie diesen albernen Scherz. Herr Länzchen, das ist kein alberner Scherz. Wo kommen Sie? Seien doch mal gemütlich. Himmelskreuz, wenn er denn noch einmal... Ach! Die Bestie, bitte. Wie hat der Sperling das vorhin gemacht? Ruhig! Ruhig! Ich tu' dir nichts zu leidisch an! Lass die Beißerchen drüben! Du bist nicht brav! Brav! Rühren Sie mich nicht! Aha! Eins, zwei, drei, Punkt zurück! Ich fasse die Bestie ins Auge. Was? Du bist nicht parieren! Du bist! Ein Schlaf mit der Falsche! Pen! Ein Schuss mit dem Sechsstöckchen-Wachholder! Pa! Peng! Pa! Peng! Pa! Peng! End! End! Du musst mit dem Schwänzchen wackeln! Der Mann, der Mann wird Ihnen sicher gefallen! Mir ein Mann gefallen? Ja! Die Männer heutzutage sind doch alles Waschlappen! Was? Wo sind Sie hin, die Jünglinge des klassischen Altertums? Arias, Agamemnon, Acheles und Herkules, die die feurige Rosse gebändigt und mit wilden Tieren gekämpft haben! Wo sind Sie hin? Die sitzen alle im Bundestag! Aber Jüngchen, so einer ist das schon! Der Mann ist Tierbändiger! Tierbändiger? Ja! Tierbändiger in Afrika! Und dann will Sie heiraten! Heiraten? Ja! Wo ist der Mann? Ja, Hamburg gefahren, einen Gorilla holen und morgen holt er Sie! Das hat er gesagt! Tschüss! Wann geht das nächste Schiff nach Afrika? Langsam, Menschchen, langsam! Gucken Sie sich den Mann doch erst einmal an! Herr Schmidt, den Mann, der nicht nimmt, den nehme ich unbesehen! Danke! Ja, das musst du auch! Schönen Schiff, der Eifel hat Onkel Nikola. Du wolltest nicht. Dir ist das aber noch vor. Ich kann meinen Brillen nicht finden! Ja, ja, liebe Kinder! Ach, das sind wir frei! Ich bin dem Begriff, einen Schrift zu tun, der euch unerwartet kommen wird. Was soll das denn heißen? Wenn ihr diesen Brief in Händen habt, wird es geschehen sein. Anton, was ist denn? Der Onkel hat sich was angetan. Ach, Quatsch. Seit kurzem bin ich der glücklichste aller Sterblichen. Ich bin ein anderer, lebensfroher Mensch geworden. Na also, da ist seine Gicht los. Ja, nein, nein, nein. Ich brenne darauf, euch in meine Arme zu schließen, denn ich bringe euch eine Überraschung mit. Eine reizende, lebendige Überraschung. Anton, oh, da weiß ich, was das ist. Ja, das ist eine Rackenpinscher, ja. Ja, hab ich mir schon immer erinnert. Oh je, Rackenpinscher, das ist ein Färbel. Der Onkel wollte immer schon mal den Schweingruf ziehen. Ja, ja, ja. Ich finde erst meine Ruhe wieder, wenn ich bei euch bin, denn ich komme mir fast wie ein Schwerverbrecher vor. Der wird das Schwein doch nicht geklaut haben. Ich treffe Dienstag bei euch ein. Du, da bist du heute schon. Auf Wiedersehen, liebe Kinder, mir klopft das Herz. Ihr werdet staunen, euer glücklicher Onkel Nikola. Ja, wann kann er denn dann kommen? Ja, nur mit dem Zug um Harzfeld. Aber das ist doch schon in fünf Minuten. Was? Ja, dann haben wir los. Komm, dann müssen wir uns vereinen. Wir müssen doch am Bahnhof sein, wenn wir uns verlaufen kommen. Herr Lestasius, setzen Sie sofort unsere Zimmer entstand. Sie wissen ja, wie wir es gewohnt sind. Sehr wohl, Herr Kran. Herr Kran, da ist meine Frau, da darf ich dran gehen. Lassen Sie das. Anastasius rasch, der zieht sich unsere Zimmer entstand. Ja, wo, Herr Kran? Das stand daneben. Moment, Moment, Moment. Dann musst du hier erst alles steigern, was sie da machen können. Wo soll denn da gedeichselt werden? Ja, dass du hier bist. Ich bin ein von Raden, Klau. Ja? Hier sind die Wurzeln meines Geschlechts. Ja, die reißen wir aus. Und hier will ich leben. Ja, kannst du ja machen, aber schreien hier so. Bitte, ich will schreien. Na, wenn ist das leise. Sie haben die Olympia vom Vaterherz gerissen. Ich? Sie haben die Hals über Kopf geheiratet. Jetzt sind sie hier. Hals über Kopf vom Vaterherz gerissen? Präsentiert hast du es im Offensteller. Ich soll sie doch nehmen. Du Standesamt hast du nicht geschleift. Wenn sie schnell genug Ja gesagt hat. Und wenn ich mir die Olympischen nicht so lief hätte, hätte ich überhaupt meine Einbildung ja nicht gegeben. Dann muss ich mir die Familie doch erst beibringen. Tun Sie das, mein Lieber. Tu ja, tu ja. Das ist alles Ihre Angelegenheit. Das ist doch meine Angelegenheit. Jetzt holen Sie mein Gepäck. Was soll ich? Holen Sie mein Gepäck. Das hast du wohl nicht im Kopf verraten. Entschuldige. Holen Sie mein Gepäck. Wie ist das, du bist du? Holen Sie mein Gepäck. Ja, hör doch um. Ich kann mir klar nicht bleiben. Olympia, mein liebes Kind, sei doch nicht so nervös. Ihr habt kein Zimmer. Papa, ich kann dich wirklich nicht verstehen, wie du mich in diese Situation bringen kannst. Mein liebes Kind, ich weiß ganz genau, was ich tue. Mit deinem ersten Mann habe ich meine Chance verloren. Mit deinem zweiten werde ich es zurückgewinnen. Denk an unseren Wahlspruch. Furchtlos und unvertraut. Ja, ja, Papa. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie peinlich wir uns hier wieder mit Anton zusammenkommen. Lassen Sie noch lügen, Olympia, peinlich. Geh auf dein Zimmer. Ja, Papa. Aber schließt die Tür ab. Jawohl, Papa. Dieser Breuer scheint mir ein ganz verliebter Fockel zu sein. Passt mir gar nicht. Hörst du denn mit Koffer? Was hast du da alles reingefangen, Motel? Ganz die Silber hast du mitgenommen, ne? Das sind sie denn wahnsinnig, Mann. Ja, du musst ja nicht die richtige Flossen wegnehmen. Ich stehe in deinem Weg. Wo ist meine Lümpelchen? Sie ist auf ihr Zimmer gegangen. Ich bin nicht bei ihr. Herr Schwiegersohn. Was ist denn? Bringen Sie mein Gepäck dort hinein. Was soll ich? Das Gepäck dort hinein. Wo rein? Dort rein. Ich da? Ja. Das hast du wohl nicht gesagt. Wo haben wir das? Wieso ist der lange Lavander der Anastasia oder so wie der Kerl? Ich bin da. Bringen Sie mein Gepäck dort hinein. Nur der Spalt. Ich bin jetzt ehrlich. Es ist ein erhebendes Gefühl, wieder hier zu sein im Schlosse meiner Väter. Ja, mein lieber Herr Schmidt. Der blaue Heinrich ist wieder da. So, Koffer sind da. Ich hab's so ausgeschüttet. Jetzt zieht sich alle vom Boden. Ganz gerne aus. Dann hab ich Wasser in die Waschkumpel getan, dass sie die gräfligen Flossen wäschen kann. Das lob ich mir, mein lieber Herr Paul. Oh, raff, 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 raff. Immer schön ordre pariert. Ja, ja. Na, 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 na. Oh, entschuldige. Kann auch mal klopfen. Schöne zu meinem Olympischen Schönen. Herr Schwiegersohn. Ja, nun. Mensch, immer rufst du mich zurück. Hast du noch keine Minute mit meiner Frau allein gelassen? Na, mein lieber Schwiegersohn. Was ist denn? Sie wohnen auf dem anderen Flügel des Schlosses. Wo wohne ich? Auf dem anderen Flügel des Schlosses. Auf Schwerseite? Ja. Von meiner Frau da? Ja. Ja, wie soll das dann gehen? Das musste man mir mal vormachen. Das ist in unserer Familie Tradition. Ja, aber bei mir nicht. Ich dachte... Von heute ab werden Sie sich im Haus gesetzt, derer von Rabenklau unterwerfen müssen. Und das bestimmt für Sie eine Bewährungsprobe von 300 Tagen. Ja, warte. Bevor Sie Ihre ehelichen Rechte antreten dürfen. 300 Tage? 300 Tage. Ja, das schaff ich nicht. Das ist doch viel zu lang. Das musst du abändern. Das darf ich nicht mehr. Das geht nicht mehr. Mein lieber Schwiegersohn. Ja, so, so, so. Nein, das ist alles Ihr Problem. Ja, ja, mein Problem. Deins nicht. Aber kann ich es ja nicht mehr. Mich ist die Angelegenheit erlebt. Ach, wie das denn? Ach, wie das denn? Mich doch nicht. Jetzt werde ich meinen Kammerdiener Anastasius bitten zu Ehren meines Willkommen. Die Fahne hoch zu ziehen. Das ist ein Ding. Der zieht die Fahne hoch und ich soll 300 Tage warten. Eine Frechheit ist das. Ich spreche in meinem Olympischen. Ihr macht das für die Hälfte. Wieso bist du denn im Zug gekommen? Für den Auto. Ja, warum denn? Ich fahre gerne. Komm, komm, bitte. Lass dich ansehen. Jusica. Wie lange warst du jetzt weg? 300 Tage. Ah, sonst habe ich... Wie lange du weg warst? Sechs Wochen. Ja, wieso sagst du jetzt 300 Tage? Wer hat denn 300 Tage geholt? Ich jetzt. Nein! Hab ich ja... Auch nur so. Nur so. Ohne Scheiße. Ohne Seite. Gut, komm. Das selbst ist zu. Nee. Warum nicht? Ist du früh. Das ist zu früh, richtig. Weißt du, wie du aussiehst? Weißt du, wie du aussiehst? Wie? Wenn du aussiehst, wie du aussiehst? Wie ein Jügel auf der Hochzeitsreise. Ja, 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 ja. So, ja. Wie kommst du jetzt auf der Hochzeitsreise? Nur so. Wieso? Nichts fahren, nichts hinten. Nichts hinten. Nichts besonderes. Jetzt, komm, komm. Wir haben die ganze Zeit auf der Fahrzeitsreise. Was du uns für eine Überraschung gemacht hast. Ach, Kinderliebe! Ja. Sammel, Sammel. Ja, Sammel. Ihr müsst so lachen, dann geht es doch mal. Entschuldigung. Ihr freut euch, ich dich sind. Ratet mal, ratet mal. Oh ja, du fängst. Ich fange an, fange auf. Ähm, ist es, ist es klein und dick? Nee. Hat es das? Friss es viel. Hat es ein kleines Ringelschwänzchen? Hallo, Rhein. Hallo, Rhein. Jetzt bin ich dran. Ja. Ist es kurzhaarisch oder langhaarisch? Langhaarisch. Onkelchen, ist es ein Männchen oder Weibchen? Weibchen. Onkel, ist es auch schon Stubenrein? Oh. Nein, Kinder, ihr könnt es gar nicht raten. Also ich, ho, ho, ho. Ich freue mich schon so, wenn ihr das da haben. Ich, äh, ja so, ich habe mich in Baden-Baden-Telefonen. Ja, ja bitte. Oh, muss das jetzt sein? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ist gut, ich komme. Muss man gerade drüber in die Fabrik. Ja? Ratet ihr zwei weiter, aber pass auf. Der Onkelfuss. Nein, ich wusste nicht. Auf dich, ich will. Wir drei sind hier allein. Also, was hast du mitgebracht? Eine Frau. Eine Frau? Meine Frau. Deine Frau? Und wir waren, waren verheiratet. Verheiratet? So laut, dass ihr nicht hört. Wieso denn, Onkel, weiß die das denn noch nicht? Ja, so macht. Aber die Sternen, ihr braucht davon. Sie sagt, mein Gott, hör doch, oh, ich kann doch heiraten. Sie hat doch gerne, warte, was machen wir das im Theater drumherum? Ja, natürlich, ganz zu heiraten. Das ist ja, also. Ich freue mich doch für dich, ja. Na, Alter, da sind wir doch glücklich. Warum hast du uns denn nichts davon geschrieben? Oh, komm, Herr, das klingt alles zu schnell. In Ruudikabas war ich verheiratet. Ja, wo. Onkel, wo hast du sie denn kennengelernt? Im Bad Baden-Hotel steht sie. Onkel? Ja. Das ist doch kein ganz junges Mädchen. Nein, nein. Also ist es eine Wicke? Nein, nein. Geschiedene Frau. Eine geschiedene Frau? Aber wer war denn der erste Mann? Da kann, oh je, das ist es ja. Das ist genau wie der andere. Sieht aus wie der andere. Ja, du hättest, ich geh mit dem, sorry, ja. Das ist ein Zufall, was? Komm, da gehen wir sie jetzt mal holen. Nein, bitte nicht zu ihr, bitte. Nein, sie geht rein, sie ist im Zimmer. Sie macht nicht zurecht, sie ist, sie macht, ob meck. Sie macht nicht. Und wen hast du ihr heimt? Wen hab ich geheimt? Ja, wen, wen. Frau Onkel, der Anson wird das doch auch gleich wissen. Der Anson, der, 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 der schrecklich tot, der Kassel. Ich hol sie jetzt. Nein, nicht gehen. Lassen Sie sich fertig machen, wenn ich ausgepackt habe, komme ich nach jedem Versuch. Zusammenversuchen. Okay, Sie, du bist wohl sehr, sehr glücklich, was? Ich bin sehr glücklich. Ich bin so glücklich, so glücklich. Ich bin sehr glücklich, so glücklich, so glücklich, so glücklich. Ich freue mich ganz herzlich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Naja, Sie werden sich ja sicher erst noch ein bisschen eingewöhnen müssen. Kommt Ihnen wohl alles noch mal bremst vor. Bremst? Nein, das kann ich eigentlich nicht behaupten. Ich fühle mich ja schon ganz lieb zu Hause. Ach, das ist mir aber lieb, ja. Kann ich Ihnen mit Ihnen verdienen? Ja, ich hätte gerne eine Briefmarken. Briefmarken? Haben wir auch. Moment, wirst du mal eben gucken? Ich weiß nämlich nicht, wo die sind. Augenblick. Ach, wo sind Sie? Dort auf den Schreibtisch, Marke. In der silbernen Dose. Ach so. Ja, in der silbernen Dose. Das ist aber merkwürdig. Woher wissen Sie das denn? Aus meiner ersten Ehe. Mein Ehemann hat sich meine Briefmarken auch immer in einer silbernen Dose auf dem Schreibtisch. Ach, das ist schön. Vielleicht haben ja alle Männer hier Briefmarken in der silbernen Dose auf dem Schreibtisch. Links. Ich würde den Brief gerne noch versiegeln, hätten Sie wohl etwa viel gelackt. Aber ja doch, kommen Sie in mein Zimmer, da finden Sie alles, was gebrauchen. Ich komme gleich, ich hole noch meine Fettschaften. Ach, das ist aber der Reiz bin, der Person. Na, dann wird der Antoine aber auch einen Freund haben. Oh, was Blödes. Ich leide an all und die Nationen. Ich komme gerade auf das Schloss an und sehe ich den blöden Anastasius oberen Dom die Fahne hochzieht. So ein Quatsch. Das ist überhaupt ein ganz merkwürdiger Tag heute. Ich muss die ganze Zeit an den blauen Eimer denken. Ich weiß auch nicht, wie sie... Das ist ja ulkisch. Ich sehe nicht nur Sachen, die es nicht gibt. Jetzt höre ich auch schon Sachen, die es nicht gibt. Ich höre jetzt hier eine Flöte. Ich höre jetzt... Oh, Nikola, Nikola. Das ist doch gerade so zu passen. Ich habe keine Zeit. Nur einen Moment. Sag mal bitte ganz ehrlich. Hörst du hier was? Oh, hier in Zinno. Ja, aber ich bitte dich jetzt doch ganz deutlich eine Flöte zu hören. Sag mal, stell. Du wirst doch was ein. Ja, hier ist eine Flöte. Hör mal. Hörst du was? Nein. Ist das nur ein Schwingung? Ich hätte jetzt schwer und keine Flöte. So was ist das? Ach, da ist es wieder. Nikola, Nikola, ich drehe durch. Nein. Bitte guck mich mal an. Sehe ich schon blöd aus. Du siehst sie immer aus. Ja, aber ich bitte dich. Hier ist doch ganz deutlich eine Flöte zu hören. Eine Flöte? Ja, natürlich. Nein. Doch, hier ist aber ein Flöte zu hören. Hör doch mal wieder. Das ist Quatsch. Das ist eine falsche Zündung. Ja, ich habe einen Wackelkontakt. Ja, ja, so irgendwie so war das. Weißt du was das ist? Das sind die Nerven. Nee, nee. Wieso nicht? Sauerstoff. Oder Sauerstoff. Sag ja, aber auch. Das ist dann auch so. Ja, dann ist sie gut, die ich immer vom Dinger mitgebracht habe. Und dann ist sie sehr schön. Ach, Nikola, ich habe sie gesehen. Meine erste Frau. Ja. Da ist sie rausgekommen und da ist sie reinig. Ach, 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 ach. Ein Fähnchen, ein Fähnchen, freundlich. Sie ist ganz reißen, ich habe sie gerade kennengelernt. Wen denn? Der Onkel Nikola Schraub. Was? Du hast dich verheiratet. Mit wem denn? Tag, Herr Schmidt. Ah, ah. Ah. Nee, 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 war das gestern Abend in Aufbringung, wie plötzlich der Graf mit dem anderen vor der Tür stammt. Och, ja, hat die arme kleinen Frau Schmutz gereint und sich aufgeregt. Ach, du lieber, ja, der Konservendos ist auch wieder da. Na, dat hab ich weder. Kaum ist der Graf im Haus, hängt der Krollmann auch da. Ja, was das da? Wie sieht dann die Schleseloff aus? Haben die doch das ganze Effekt draufgeklackt? Ach, Herr Schmitz, oh Gott, haben die den armen Mann hier schlafen lassen? Aus dem Schlafzimmerverband, dabei kann der doch gar nicht dafür. Komm, Schmitz, ich mache dir bisschen bequemer. Heinrich, mir graut vor dir. Hat der Mann einen schlimmen Traum? Der Donnerwetter noch mal schlieft denn hier alles? Hier liegt doch mein Schmitzchen und schläft wie ihr Engelschen. Das ist ja unglaublich, Minna. Den scheint was ganz Arges zu drücken. Quatsch, was soll ich denn drücken? Wecken Sie ihn auf. Moin, nee, das kann ich nicht. Das tut mir viel zu weh. Wecken Sie ihn auf. Herr Schmitz! Jetzt hätt der Grab geschossen, jetzt bin ich du. Herr Schmitz, aufwachen! Das geht nicht, ich bin tot. Guten Morgen, Herr Schmitz. Minna, wie kommen Sie denn in der Himmel? Guten Morgen, Herr Schmitz. Lähmst, du fährst, schwarz! Herr Schmitz! Herr Schmitz, aufstehen! Ja, bin ich denn nicht tot? Nein, Sie sind nicht tot. Ah, da kann ich ja aufstehen. Ach, Kinder, ein Glück, dass ihr mich geweckt habt. Ich habe einen furchtbaren Traum gehabt. Wisst ihr, was ich jetzt heute gesagt habe? Ich habe geträumt, der Graf ist wieder da. Meine erste Frau ist wieder da. Dieser fiese Anastasius, der würde hier rumlaufen. Jetzt stellen Sie es mir ein, das war ja gar kein Traum, der Graf ist wieder da. Der Anastasius ist wieder da. Meine erste Frau ist wieder da. Meine erste Frau ist wieder da. Meine zweite Frau von mir scheiden lassen. Minna, Minna, ich brauche einen Handkopf und ein paar Sachen. Ich muss verreißen. Ja, Herr Schmitz! Ich muss verreißen! Ich will ja schon... Halt, halt, Herr Schmitz! Heute kommt doch Ihr Freund der Tierbändiger. Also kommt der Menschen oder kommt der nicht? Ja, er kommt, gehen Sie nach Hause, machen Sie sich schön, wenn es auch schwer fällt. Herr Schmitz, was soll ich den Menschen denn sagen, wenn er vor mir steht? Sie wissen doch, ich kann so schwer Worte finden. Mein Gott, Sie sagen einfach, ich bin hier, du bist da, komm flitzen mit mir nach Afrika. Ich bin hier, du bist da, komm flitzen mit mir nach Afrika. Ich flitze! Ich flitze! Ich flitze! Ich flitze! Minna! Minna, meine Sachen! Ja, ich bin doch schon da! So, hier, Herr Schmitz! Wunderbar! Was soll ich denn mit dem Hut fallen und den Ferien? Ja, ich weiß doch nicht, was Sie vorhaben. Komm, ich tu Ihnen... Nein, machen Sie gar nicht, machen Sie nur, dass Sie rauskommen! Ich flitze mich schlecht an! Ich bin ja schon eh mit den Nerven in mir. Raus jetzt! Raus, 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 raus! Raus, 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 raus! Ist das ein Theater? Oh! Nee, nee, nee! Hallo! Bist du backen? Ja! Was machst du denn da? Ich packe! Wie? Nach allem, was du mir angetan hast. Ja, Moment mal, Moment mal, jetzt... Wieso denn? Ach, wie, wie, wieso, wieso, wieso? Du... Du sagst das dann lieber, ich werde hier los. Ja, aber da redest du ja auch noch nicht anders an! Also jetzt sind wir so weit! Nein, 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 nein! Ohne Luft kannst du nicht leben! Mein Gott, das mache ich mit Fressluft! Das ist falsch! Warum? Was schlecht ist! Jetzt sag mal, erklär mir mal! Ich erkläre dir überhaupt, ist doch völlig klar, was ich hier mache! Ich packe, weil ich hier auf dem Sofa schlafen muss, statt dann drin bei meiner kleinen Frau! Und wem habe ich das zu verdanken? Dir! Wieso? Dir und deiner dämlichen Heiraterei! Oh, Herr, ich könnte einen Luxusmord an dir begegnen! Da! Ja! Das ist so laut, meine Herren! Was wollen Sie denn hier? Ja, da lassen Sie Herrn Spiegersöhne um Ruhe bitten! Rauch! 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 Ich sitze! Ja! Ich sitze! Aber ich sitze wo drauf! Wo sitzt du denn drauf? Sag mal! Weiß ich nicht! Guck mal! Die Besessenen! Die Besessenen! Wie konntest du meine frühere Frau heiraten? Jetzt ist meine Frau meine Tante! Ich bin ihr Neffe! Meine Frau ist ihre Nichte! Ja, was sind denn das für Familienverhältnisse? Na, 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 hab ich doch nicht gewusst! Nicht gewusst! Nicht gewusst! Nicht gewusst! Aber das hättest du wissen müssen! Als du wusstest, wie sie heißen! Nach der letzten Volkszählung gibt es in Deutschland 6 Millionen Schmitze! Ohne die Bundesländer dazu! Und als ich erfahren hab, dass die Verschmitte deine Verschmitte haben, war zu spät! Ja, aber das überlegt man sich doch! Das war nicht zu überlegen! Der Graf war in dem Held mit der Dörfer in den armen Seele! Und Robert Ickabatz war ich verheiratet! Mit meiner Frau! Ja, aber da wurde ich gewusst! Ja, du nicht! Du bist doch zu blöd, so! Aber der Graf! Der Graf, der hat das ganz genau gewusst! Durch dich kommt der Held wieder aufs Schloss, nach der Väter! Was? Durch dich hat er hier wieder zu sagen! Oh! Vergreifst du das, der Ente? Das ist ein ganz gemeiner Hund! Eingefangen hat der Wicht! Wie einen rödigen Hund! Genau! Wie einen gemeinen Gimpel! Oh Gott! Pass auf, pass auf! Was bin ich wütend! Du gehst jetzt rein! Geh rein! Du stellst dich vor den Grafen hin! Und da! Hauch ihn um eins in die Schnüsse rein! Ne, du haust ihn in die Schnüsse! Das tut doch nicht! Nein, nein, du sagst doch! Herr Graf, Sie müssen auf der Stelle das Schloss verlassen! Ich lasse mich scheinen! Ja, ich lasse mich scheinen! Wunderbar! Scheinen? Ja! Scheinen? Ja! Nö! Sie nö! Denk doch auf meine Gefühle! Ah! Gefühle hast du auch noch? Ganz viele! Schön! Dann fühl du weiter! Ich reiß auf! Ich hab mir Bier! Ich hoffe, meine jungen Ehe noch nicht gehabt! Du wirst von deiner jungen Ehe auch nichts haben! Doch! Ich hab Außerrecht! Ich kann nicht alles! Ach Quatsch! 300 Tage, Mensch! Bruder! Entweder du gehst da rein oder wir zwei sind geschiedene Leute! Entweder du gehst da rein oder wir zwei sind geschiedene Leute! Da rein! Können wir gerne nicht schliessen? Ach! Wunderbar! 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 Der Onkel geht da rein! Bleiben wir da aus! Packen wir wieder aus! Anke! Also, Anke! Ich kann doch sagen! Ich werde keine Minute länger hier in den Schloss verlassen! Ich kann doch sagen! Ich werde keine Minute länger hier in den Schloss verlassen! Ich kann doch sagen! Der Onkel ist da rein! Lässt sie scheinen! Und der Graf muss heute noch das Schloss verlassen! Anke! Ich kann doch sagen! Ja! Ach! Wie geht das so voll? Ich habe wohl eingewangen haben Sie mich wie einen ganz gemeinen heutigen Hund eingewangen will! Ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch! Hinaus! Ah! Sie! Was wollen Sie denn noch hier? Wer ist der Mann? Den kenne ich nicht! Nein! 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 Ich habe doch hier überhaupt nichts mehr zu sagen! Sie haben hier nichts mehr zu sagen! Eingefangen haben Sie! Eingefangen haben Sie! Auf die niederträchtigste Art und Weise diesen armen, zitternden Mummelkreis! Aha! Was? Was? Mir will doch kein Mummelkreis! Armer, zitternder Mummelkreis! Ich liebe Mummel nicht! Sie, Sie, Sie! Verrosteter Nussknacker! Nussknacker? Herr Ravenglau! Herr Ravenglau! Sie, 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 werden doch von mir hören! Hör zu! Komm, Olympia! Ich bin hier so dran glücklich! Was ist denn jetzt kaputt? Herr Ravenglau! Warum sagt denn das? Meine Frau und meine Frau meint, meine Frau ist unglücklich! Der Graf rennt weg! Wem habe ich das für verdankt? Dir! Was? Dir und deiner dämlichen Heiraterei! Nein! Das ist eine Einbildung! Das ist keine Einbildung! Nein, nein! Jetzt bist du fällig! Schön! Jetzt muss ich mal nach Elber fahren, damit du brauche eine Beine kriegst! Nein! Das brauche ich nicht! Nein! Henker sind immer blass! Oh! 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 Na! Oh! ein verdammter Zeitling! Also schön. Lassen wir hier, backen wir wieder ein, backen wir aus, backen wir ein, backen wir aus, backen wir aus. Jetzt will ich mal zu sprechen. Was ist er doch? Anton, was ist los? Hast du mit der Lenz gesprochen? Ja. Ja. Und was hat sie gesagt? Meine Unterhose ist weg. Anton, ich will wissen, was die Lenz gesagt hat. Nein. Nein? Ja. Ja. Nein. Ja, ja, nein, nein, ja, Sperry. Sperry, du bist unser Mann, du musst uns helfen. Was ist denn los? Setz dich hin, ich werde dir die Sache erklären. Ist furchtbar einfach, im Grunde aber auch ein bisschen kompliziert. Ja, nun red schon. Meine Frau ist meine Tante geworden. Jetzt bin ich ihr Neffe. Meine Frau ist ihre Nichts. Ich bin der Schwiegersohn von meinem Großonsel und der Fetter meiner zukünftigen Kinder und das halte ich nicht aus. Noch mal. Herr Gott, so schwer ist das doch nicht. Meine Frau ist meine Tante geworden. Ich bin der Neffe, meine Frau ist ihre Nichts. Ich bin der Schwiegersohn von meinem Großonsel und der Fetter meiner zukünftigen Kinder und das halte ich nicht aus. Ei, 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 ei. Hast du das verstanden? Äh, ja. Dann wiederhol's mal. Ich werde mich hüten. Hilf uns, hilf uns, bitte hilf uns. Heirate meine Frau. Äh, was soll ich? Wenn du uns nicht hilfst, sind wir rettungslos verloren. Du heiratest mich doch. An wem? Meine Tante. Ei, 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 ich bin so verrückt. Hast du das verstanden? Doch, Anton, doch. Nichts hast du verstanden. Ein Mensch, der so dämlich aus der Wäsche guckt, wie du, hat überhaupt nichts verstanden. Aber ich erkläre es dir gerne noch einmal. Da drin sitzt meine Frau und sinkt auf Rache. So, so, da drin. Ja, aber alles kann gut werden, wenn du sie mit nach Afrika nimmst. Aber, Anton, du weißt doch was... Ich weiß nur eins. Diese Frau ist für dich wie geschaffen. Jung, hübsch, denn du musst wissen, da drin sitzt meine Frau und weint sich die Augen aus. Wie, da drin? Ja, aber eben sagtest du noch da drin. Nee, 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 nee. Meine Frau sitzt da drin. Ach so. Da drin und da drin. Ja. Also nur wird unheimlich. Anton, sag mal, hast du da oben nicht irgendwie ein eigenartiges Gefühl? Hm? Na ja, so ein Knacken. Knacken. Ja, oder Brummen. Brummen. Ja, Knacken. Brummen. Eigenartiges Gefühl? Willst du damit vielleicht anwarten? Ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Genau. Arrrr. Bitte, komm. Entschuldige mich. Entschuldigung, Sperling. Ich habe aber wohl noch alle Tassen. Anton, Frank, von nun sei doch bald still. Wieso? Spielt wieder jemand Flöte? Anton, gib mir mal deine Hand. Nun versteh mich doch. Ich will die Lenz heiraten. Die Lenz, dein Tipp vorleihen. Quatsch, du kannst doch nicht die Lenz heiraten. Die Lenz ist doch eine alte Schachtel. Soll erlauben, Marja. Liga, sprich nicht. Die Lenz ist eine alte Schachtel. Du kannst doch keine alte Vogelscheuche heiraten. Du bist doch nicht bekloppt. Nee, ich nicht. Ach, Nikola, du kommst wie gerufen. Du bist doch schon bekloppt. Darf ich dir meinen Freund vorstellen? Hans Sperling. Sperling, er heiratet deine Frau. Meine Frau? Ich seine Frau? Ja, kannst du nicht von einem wildfremden Mensch verleihen? Ja, aber warum denn nicht? Kenn ich. Selbstverständlich kann er das. Natürlich. Ist doch kein wildfremder Mensch. So ein Freund von mir. Anton, mach dir keine Sorgen. Ich heirate auch seine Frau. Nee, 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 nee. Das ist ja die Tante. Nein, ich bin der Onkel. Tante, ich bin der Onkel. Tante, ich bin die Tante. Also. Anton, bleib ganz ruhig. Ich heirate auch die Tante. Ach, du kannst nicht auch die Tante, sondern nur die Tante heiraten. Soll ich mir erklären? Ja, was gibt's denn da zu erklären? Wann soll ich immer dazwischen? Wann soll ich immer dazwischen? Anton, mach dir keine Sorgen. Ich heirate, wen du bist. Hast du vielleicht noch jemanden? Ah, du hast es ja immer noch nicht verstanden. Aber das ist mir jetzt scheißegal. Du hast mir versprochen, du heiratest dich. Heiratest du dich? Heiratest du dich? Du nimmst sie mit. Nehmen sie mit. Heute noch. Heute noch. Du fährst auf, war ab. Köln. 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 Pesche. Paris. Paris. Afrika. Afrika. Wunderbar, wunderbar. Sie hat ein paar Sachen zum Verreisen. Zwiebelst du und zack, ein Hühnchen geht in den Sonnenschliff. Das ist es. Das ist es. Nikola, das ist unser Mann. Das ist unser Held. Hoch klingt das Lied vom braven Mann. Wie Orgeton und Glockenklang. Wer Huhn mutig rühmen kann, dem lohnt nicht Gold, dem lohnt Gesang. Na, mach. Hey. Der hat ganz schön erwischt, was? Der hat einen Knall, du was. Hören Sie mal, lieber Herr, ich weiß nicht, du brauchst dringend ärztliche Hilfe. Das kann man wohl sagen. Ich weiß nicht, was du redest. Ja. Was ist bloß in den Gefahren? Warum bist du so durcheinander? Weiß ich. Ich habe seine Frau geheiratet und er meine Nichten. Jetzt fängt er auf. Wie siehst du, seine Frau ist interessanter geworden. Er ist der Nächste. Der Spiegel ist mit unserem Großvater und verpestet seine 25 Kinder und das hält dir nicht an. Schauen Sie mir nicht zu nah. Ich renne mich nicht mehr weg. Also schön. Schön. Was kann ich für Sie tun? Heirate meine Frau. Mach ich. Oh ja. Mach ich dir. Halten Sie mal einen Augenblick, ja? Danke. Ich komme dann gleich wieder zurück. Und dann heirate ich Ihre Frau. Ja. So, jetzt sieht sie aus hier. Ja, da siehst du ja auch. Ein Wirkevereinigter, wir sind. Hey! Die Dinger weg. Herr Nikola Breuer. Was ist denn? Sie haben die Ehre unter Stammbaubes, wenn es zugeht. Sie haben die Ehre unter Stammbaubes, wenn es zugeht. Sie haben die Ehre unter Flutung. Ich fordere von Ihnen genug Tod. Was? Hier habe ich zwei Pistolen. Ja. Mit diesen Pistolen haben bis jetzt alle von Rabenklau ihre Beleidiger im Duell getötet. Getötet? Getötet. Alle? Alle. Gut, holz. Halt, unterblieben. Herr Nikola Breuer, ich frage Sie. Ist es Ihr Ernst, sich von meiner Tochter scheiden zu lassen? Ja oder nein? Ja. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Was? Was denn nun? Er sucht doch was aus, ja? Mein Gott. Sie haben ja gar keinen Mut. Nur keinen Courage. Sie ist ja schon wieder da. Was ist denn hier schon wieder, Papa? Mein liebes Kind, du kommst gerade recht. Dein Mann entpuppt sich hier als elender Feigling. Das habe ich leider auch schon gemerkt. Ja, wie sieht es aus? Meine Frau, sie wird sich zurechtet, doch Sie sagen Bescheid. Da musst du dir schon selber helfen. Papa, es ist so herrliches Wetter draußen. Ich gehe an mir nicht in den Park. Ausbreiten. Recht so, mein liebes Kind. Hast du gehört? Hast du gehört? Ausbreiten. Tch. Wie reiten alle in der Schießmischnoten? Das haben wir gerne. Nein, machen wir nicht. Nein. Lieber Tod als dieses herzlose Weib zu haben. Ich mag nicht mehr. Ergarten, dass es scheitert. Gut. Dann wählen Sie. Ich so, wir haben doch gar nicht gewählt. Das ist doch alles schief gegangen, ja? Wählen Sie einer dieser Waffen. Wieso? Was denn? Einer dieser Waffen. Einer? Ja. Waffen? Waffe. Was ist das für eine Patei? Einer dieser Pistolen. Pistolen. Soll man aussuchen? Ja. Wählen. Noch, noch, noch. Dass ich gucken kann. Hey Jay, das ist ein größeres Loch hier. Die ist schön, die Pistole. Schau mal, wir haben einen. Ja. Sind Sie denn wahnsinnig spannend? Was machen Sie denn da? Der Schuss hätte sich doch lösen können. Ja, das war doch Sinn der Sache. Können Sie doch probieren, ob es geht. Machen Sie sich lieber mit der Waffe vertraut. Ja, das tue ich auch. Ich gebe Ihnen eine Viertelstunde. Bedenkt sich nur zu wenig. Ich brauche 15 Minuten. Gut. Ich schieße mich derweil in der Halle ein. Na, hör mal. Herr Nikola Breuer. Herr Nikola Breuer. Tada, tada, tada. Bumm. Bumm. So ein Wahnsinn, Herr Nikola Breuer. So ein Wahnsinn, Herr Nikola Breuer. Der schießt sich ein. Das sind die Dinger? Ja, gerne. Das ist der Kickstarter. Die Zündung. Und da ist das Loch. Das Loch ist das Gefährlichste an den Dingen. Da kommt das Kügelchen raus. Das Kügelchen geht mir in das Bällchen. Und da kommt mein Blütschen. Und da wäsch ich kapatscheln. Nein. Niemals. Nein. Wir werden inspirieren. 100 Schritte. 1000 Schritte. Jedenfalls aufeinander gehen wir zu. Ich gucke dich an. Haha. Du stehst da. Und jetzt legen wir an. Eins. Doch nicht auf mich, du Rindvieh. Da geht. Also, ich lege an. Ins Visier. Eins. Zwei. Und wir haben geschossen. Wir haben nur einer geschossen. Herr Graf. Herr Schmitz, mein Gott. Wir haben nur einer geschossen. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd hat geschossen. Was denn? Na, holen Sie irgendeinen aus. Na, gut. Ich hol da Veterinär. Herr Sperling. Heben Sie mir Ihre Hand. Ich werde Sie glücklich machen. Ich bin gleich wieder da. Mein Held. Mein Bräutigang. Mein Agamemnon. Mein Agamemnon. Agamemnon. Sie ist auch verrückt. Das ist ein unheimliches Haus hier. Ach, da liegt sie. Meine angefetete Lenz. Ach, warum reitet sie auch? Und wie sie aussieht. Wildschön. Fräulein Lenz. Fräulein Lenz. Können Sie mich hören? Fräulein Lenz. Sie seht nichts. Sie hört nichts. Sie hört nichts. Jetzt habe ich Courage. Jetzt sage ich es ihr. Mitten ins Gesicht. Fräulein Lenz. Fräulein Lenz. Ich kann nicht mehr leben ohne Sie. Wie oft habe ich an diese Hand gedacht. Und an meine Wange gegriffen. Ich werde Sie auf Händen tragen. Über den ganzen Ozean. Bis nach Afrika. Nur bitte werden Sie die meine. Nein, nein, nein. Bleiben Sie ohnmächtig. Sonst verliere ich den Faden. Wenn Sie doch ein Nase umgehen. Ja, Wasser. 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 Übers große Wasser bringe ich Sie. Ein Wort von Ihnen. Und mein Leben. Und mein Vermögen. Meine Menagerie. Alles liegt Ihnen zu Füßen. Ich liebe Sie, Fräulein Lenz. Werden Sie meine Frau. Ja sagen Sie mal, für wen halten Sie mich denn überhaupt? Für das entzückendste Tippfräulein der ganzen Welt. Und so ein kleines, dauerndes Tippfräulein würden Sie ohne weiteres heiraten wollen? Ah, von ganzem Herzen. Wissen Sie, Herr Sterling, dass Sie mir eigentlich recht gut gefallen. Tatsächlich? Aha. Dann, dann sagen Sie ja? Ja. Einverstanden? Einverstanden. Ich gehe nur schnell holen meinen Papa. Was denn? Der alte Lenz ist auch da. Na klar, der alte Lenz ist auch da. Na klar, der alte Lenz ist auch da. Huah, der Lenz ist auch da. Huah, der Lenz ist auch da. Ist sie nicht wunderbar. Lieber Freund, ich danke dir. Das war zu großartig gemacht. Ja, was denn? Das war sie doch. Wer? Seine Frau. Ha, 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 ha. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Und hier ist mein Papa. Ah, mein lieber Herr Nenz. Kommen Sie an meine Brust. Lenz, was wollen Sie denn von mir? Na, was würde ich wohl wollen, mein lieber Lenz? Lenz, Lenz, Lenz Lenz, Lenz, Lenz. Wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Ich bin Heinrich der Letzte. Ah, der ist der Verrückteste. Also schlägt das ohne Lenz. Mein lieber Herr Heinrich... Mein lieber Herr Heinrich, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter... Machen wir später. Heinrich, alter Knabe, schlagen Sie ein. Sie und Ihre Tochter, kommen Sie mit mir nach Afrika. Na, so wie Sie da stehen, Sie werden ein prima Appenwärter. Heinrich, Heinrich, da kommt sie bei dem Ohr an. Sagen Sie, was wollen Sie denn eigentlich? Meine Tochter ist längst verheiratet. Da sitzen Ihre Männer. Was, Anton, du? Anton der Erste. Und Sie? Nicht genau das Zweite. Ja, und ich? Lenz wie das Dritte. Dann seid Ihr ja gar nicht verrückt. Nö. Und Sie sind auch nicht der Fräulein Lenz. Nein. Und wer sind Sie dann? Ich bin nicht Opfer des Rasen vom Rabenglauen. Ah, ja, 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 ja. Und Sie würden sich für mich scheiden lassen? Ja, mit tausend Freude. Ah! Ich verweigere meine Zustimmung. Ah, jetzt merke ich, wie hier der Hase läuft. Herr Graf von Rabenklau, jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Ihre Tochter wird meine Frau. Und meine Frau, die wird nicht das tun, was Sie wollen, sondern das, was Ihr Mann will. Und dieser Mann bin ich. So, und jetzt treten Sie ruhig auf Ihre Hinterhufen und mit Ihnen werde ich schon noch fertig. Vergessen Sie nicht, ich bin Tierbändiger. Mein Schwiegersohn, ein Tierbändiger. Hans, Hans, bitte lass Ihnen mal ein Schwänzchen wackeln. Aber wo ist denn nun eigentlich diese Lenz? Ja, hier. Meine Lieben, Sie sind leider zu spät. Herr Graf, nimm Dose. Rutschlos und unterstack. Würger, wie das alles mit des independen, alles kontern gesagt ist. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus